Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das Samsung Galaxy S21 FE ist mittlerweile 1,5 Jahre alt, aber immer noch eins der besten Android-Smartphones. Doch nachdem Samsung letztes Jahr kein S22 FE rausbrachte, wird es dieses Jahr wieder eine Fan-Edition geben. Ich werde dir jetzt in diesem Video alles sagen, was wir über das Samsung Galaxy S23 FE wissen. Let's go! Starten wir mit dem Design und da gibt es bisher noch keine Leaks. Wir wissen noch nicht, wie das Handy aussehen wird, aber schaut man sich die Galaxy Releases dieses Jahr an, dann ist die Designsprache bei allen Modellen gleich. Die Rückseite ist flach gehalten und beinhaltet oben links die tropfenförmig angeordneten Kameras. Weil bisher alle Samsung-Smartphones 2023 so aussehen, gehe ich auch stark davon aus, dass wir beim Galaxy S23 FE dieselbe Designsprache sehen werden. Welche Materialien zum Einsatz kommen, ist natürlich auch noch nicht klar. Beim S21 FE setzt man noch auf Kunststoff. Das war der einzige Nachteil, denn dadurch fühlte sich das Smartphone nicht ganz so hochwertig an, aber so konnten natürlich die Kosten gespart werden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass beim Galaxy S23 FE wieder auf eine ähnliche Rückseite gesetzt wird. Über das Display und die Displaygröße gibt es noch keine genauen Angaben. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass man wieder auf ein 6,4 oder 6,5 Zoll großes AMOLED-Panel mit 120 Hz setzt. Das hat sich bei den Vorgängern bewährt und ist auch im Jahr 2023 immer noch state of the art. Wenn dich übrigens diese Wallpaper, die ich immer hier benutze, auch interessieren, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Die kannst du auch haben. Das sind nämlich meine Wallpaper. Ich habe 20 farbenfrohe und abstrakte Hintergründe veröffentlicht und du kannst die jetzt downloaden. Falls du also deinem Handy ein neues Leben einhauchen willst und tolle farbenfrohe Hintergründe haben willst, dann hol dir meine Wallpaper. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Beim Prozessor wird es dann richtig spannend. Laut den neuesten Berichten plant Samsung tatsächlich, den eigenen Exynos 2200 Prozessor einzubauen. Oh mein Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Den Exynos 2200 kennen wir alle aus der Galaxy S22 Serie vom letzten Jahr und der Prozessor war eine Katastrophe. Nicht nur, dass die Leistung leicht unterhalb des Snappy 8 Gen 1 lag, das viel Schlimmere war. Der Prozessor wurde extrem schnell heiß und verbrauchte dadurch viel mehr Energie. Das schlug sich dann wiederum negativ auf die Akkulaufzeit aus. Jeder, der ein Galaxy S22 Handy hat, weiß wovon ich rede. Zwar wurde das mit Updates natürlich besser, aber unterm Strich bleibt der Prozessor sehr energiehungrig. Und genau dieser Chip soll nun also im S23 FE verbaut werden. So zumindest besagen es die aktuellen Gerüchte. Das würde unter dem Gesichtspunkt Geld zu sparen natürlich viel Sinn ergeben, da es ein Chip aus der eigenen Fabrik ist und Samsung ihn natürlich günstig produzieren könnte. Es würde aber gegen eine eigentliche Fan Edition sprechen, da die FE Modelle immer einen Schnapfdrache als Prozessor hatten, da sich die Fans diese SoCs wünschten. Deswegen gibt es auch noch andere Gerüchte, die besagen, dass ein Snappy 8 Plus Gen 1 verbaut sein könnte. Momentan sieht es aber eher nach einem Exynos aus. Das wäre auf jeden Fall eine herbe Enttäuschung und ein Schlag ins Gesicht aller Samsung Fans. Wie gut die Snappy Prozessoren sind, sieht man aktuell an der Galaxy S23 Reihe. Nicht nur, dass die Leistung überragend ist, nein, auch die Akkulaufzeit hat sich bei meinem Modell zum Vorjahr verdoppelt. Das liegt alles am Snappy 8 Gen 2, der wie der 8 Plus Gen 1 von TSMC gefertigt wird. Die Taiwanesen haben das beste Fertigungsverfahren, was Chips angeht und das merkt man. Welcher Chip nun letztendlich verbaut wird, ist noch nicht abschließend geklärt und wir können weiter auf den Snappy 8 Plus Gen 1 hoffen. Samsung möchte beim S23 FE aber sowieso das Augenmerk auf die Kamera legen, denn der Hauptsensor soll statt bisher 12 Megapixel auf 50 Megapixel aufgebohrt werden. Derselbe Samsung-Sensor aus dem Galaxy S23 und S23 Plus wird zum Einsatz kommen und damit können wir uns auf noch bessere Fotos und Videos freuen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, die Kamera nie die Schwachstelle der Fan-Editions war. Wahrscheinlich wird es auch wieder eine Triple-Kamera mit einer Ultra-Weitwinkel und einer 3x-Zoom-Kamera geben. Das wäre sehr erfreulich, da Zoom-Kameras bisher nur in den High-End-Smartphones verbaut sind. Zum Thema Akku und Laden gibt es dann noch keine genauen Infos. Was die Ladegeschwindigkeit angeht, wissen wir auch nichts, aber 25 Watt werden es auf jeden Fall wieder sein. Ob vielleicht auch die 45 Watt aus dem S23 Ultra zur Verfügung stehen werden, das wird man sehen. Interessant wird es dann noch beim Preis. Die Fan-Editions stehen bisher immer für sehr gute Preis-Leistungs-Smartphones. Nachdem das Galaxy S21 FE bei 749 Euro gestartet ist, soll das S23 FE wieder günstiger werden. Der Preis könnte unter 600 Dollar liegen, wie erste Leaks andeuten. Dann würde der eigene Exynos-Prozessor wieder Sinn ergeben, da sich hier eine Menge Geld sparen lässt. Für unter 600 Dollar wäre das S23 FE aber auf jeden Fall ein Knaller, denn die Preise werden Samsung-typisch wieder schnell fallen und dann könnte man das S23 FE bestimmt sehr bald für unter 500 Euro bekommen. Für ein High-End-Smartphone klingt das extrem verlockend. Das S21 FE gibt es übrigens aktuell auch für unter 500 Euro. Falls du da noch zuschlagen willst, was sich aktuell mehr lohnt denn je, dann findest du den Link in der Beschreibung. Zum Release-Zeitraum gibt es dann wieder unterschiedliche Angaben. Ursprünglich hieß es, dass das Handy in Q3 oder Q4 diesen Jahres auf den Markt kommen soll. Aktuell hört man aber, dass wegen der gefallenen Verkaufszahlen der S23 Serie man über eine Vorverlegung des Releases nachdenkt. Diese sollte dann noch vor August stattfinden, also vor den neuen Club-Handys. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Ich denke, späterherbst ist ein realistischeres Szenario. Das sind also alle Infos, die wir bisher über das Samsung Galaxy S23 FE wissen. Viel gibt es noch nicht zu berichten, aber die Leaks über den Exynos-Prozessor lassen auf jeden Fall aufhorchen. Falls es wirklich so kommen sollte, wäre ich riesig enttäuscht vom S23 FE. Denn gerade dieses Jahr hat man gesehen, wie wichtig der Prozessor für ein Smartphone ist und wie stark er sich auf das gesamte System auswirkt. Genau hier jetzt auf einen Prozessor zu setzen, der in der Vergangenheit nicht gut funktioniert hat, halte ich, auch wenn man damit die Kosten drücken kann, für den falschen Schritt. Mit einem Snappy 8 Plus Gen 1 sähe die ganze Situation viel besser aus, auch wenn das Handy dafür etwas teurer wäre. Ich hoffe wirklich, dass Samsung nicht schnitzt und die Exynos-Kröte verbaut, denn sonst wird der Aufschrei, denke ich, sehr groß werden. Aber das ist nur meine Meinung. Was denkst du über die aktuellen Galaxy S23 FE-Gerüchte? Würdest du dir ein S23 FE mit Exynos kaufen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, damit du auch keine zukünftigen Samsung-Videos verpasst. Folg mir gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind-the-Scenes. Alle Links, auch die zu meinen Wallpapern und zu meiner Smartphone-Kaufberatungsgruppe auf Facebook, findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du hier links mein Galaxy S23 Review anschauen oder klick hier rechts, dann kommst du zu meinen Wallpapern. In der Mitte kannst du meinen Kanal abonnieren. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.